hey mein lieben und herzlich willkommen hier wieder einmal zu einer neuen folge von clash royale und zwar wollte ich euch heute einmal ein bisschen was über mein deck erzählen es ist eigentlich das letzte als hier der friedhof der friedhof rausgekommen ist eigentlich eins der besten decks die wirklich gut gelaufen sind ich bin jetzt am überlegen ich weiß nicht was ich von elektromagia drin hatte allerdings muss ich sagen dass ich mit ihnen relativ gut spielen kann interessanterweise er auch echt eine mega coole karte ist und ich doch wirklich sagen muss dass ich das alles zusammen doch eigentlich schön anfühlt ist auch blöd gesagt also wirklich eigentlich ein klasse deck ist und ja ich spiele zwar im moment ein bisschen also ich komme mal hoch mal runter so von den poky zahlen her aber ich glaube das hat auch sehr sehr viel mit mir zu tun aus dem einfachen grund weil ich einfach in manchen situationen zu hart nach vorne gehe zu hart pushe nicht auf meinen elixir halt aufpasse und dementsprechend so sehr viel verliere und dadurch dann halt auch irgendwelche harte push natürlich nicht wirklich so leicht unter kontrolle bekomme dementsprechend hoffen wir natürlich dass das hier eigentlich alles trotzdem gut ablaufen wird wir werden jetzt einmal fix da oben den inferno down kriegen hoffe ich zumindest ich mag ja gar keine inferno spieler ne die gehen ja mega auf den keks so wir passen jetzt hier unten rechts einmal kurz auf die princess auf dass sie uns nicht zu viel damage macht ich muss auch wirklich sagen dass die karte relativ nice ist aus dem einfachen grund dass sie nicht nur alleine naja halt kleine skelette sozusagen rauswirft sondern auch ziemlich gut als verteidigung dient wie jetzt zum beispiel bei der prinzessin oder so dass man da jetzt nicht unbedingt mit lock arbeiten muss oder den feuerball raushauen muss sondern wirklich einfach abwarten kann bis die prinzessin sich halt auf den gegnerischen also bei uns sozusagen also auf den gegnerischen turm halt konzentriert so dass wir nicht die damage probleme bekommen davon und ich mag einfach keine inferno spieler die gehen mir mega auf den keks naja ok das einzige gute ist dass er jetzt eigentlich gerade ziemlich schön viel damage abbekommen hat wir warten jetzt ab ich wollte jetzt gerade eigentlich schon wieder pushen muss ich aber abwarten weil daher von und zu jahren wunderbaren schweinereiter besitzt das bedeutet eigentlich wir fangen hier einmal fix mit den elektromagier an und setzen hier einmal unseren grabstein hin und hoffen dass es so funktioniert was ich jetzt gerade vor habe und zwar haben wir jetzt auf jeden fall schon mal den schweinereiter gut abgeblockt könnten mit glück mit unseren riesen jetzt nach vorne pushen ich weiß jetzt hundertprozentig kommt dann gleich wieder genau da der entferne hin aber unser riese ich bin so stolz auf unseren riesen war ihm das egal und push da jetzt schön unten durch der entferne tower ist eigentlich auch gleich mit down wir müssten eigentlich na komm na komm na komm ich vertraue dir es hinbekommen scheiße eigentlich normalerweise hätte ich auch noch unten jetzt darauf achten müssen auf unseren auf unseren wunderschönen elixiere weil ich natürlich jetzt okay das war jetzt gerade mehr als glück gewesen wie viele blöde vier von denen jetzt einfach mal mit dabei sind so muss jetzt einmal aufpassen wo es dann kommt er jetzt nicht oder was toll das ist mich das schon wieder was ich meine da wo ich natürlich ein kleines arges problem habe dreh dich wieder um mein freund dass ich dann einfach zu sicher bin und denke so ja okay hey kommt das läuft schon das wird schon irgendwie klappen problem an der ganzen geschichte ist dass ich dann einfach zu schnell und zu doll pushe und das ist natürlich wirklich ein arges problem okay das ist okay elektromagier mit nach oben so jetzt muss ich allerdings aufpassen na wo ist denn jetzt sein blöder entferne tower achten setze gar nicht mehr jetzt jetzt macht er den gleichen fehler wie ich der pusht zu hart der liebe herr von uns so man ich wollte euch das so gerne erklären wie das hier mit diesem deck wirklich funktioniert um euch das einmal zu zeigen dass das wirklich ein cooles deck ist und wenn man ein bisschen abwartet und nicht so gleich nach vorne pusht dass es wirklich cool ist okay hier wird auch schon die ganze zeit schön getestet und gespielt ja das ist natürlich relativ unschön gerade aber ich hoffe ich konnte euch das so halbwegs ein kleines bisschen zeigen oder ein bisschen erklären wie dieses deck halt zu spielen ist was ich auch noch sagen will in zwei tagen beziehungsweise wenn das video rauskommt in ein tag und 15 stunden geben die banditen herausforderungen da ist mir aufgefallen dass es auch was neues gibt und zwar die meilensteinbelohnung ich muss wirklich sagen dass ich das mega cool finde alleine wenn ich überlege nach zwei siegen schon 100 games allerdings kostet glaube ich auch wie soll ich sagen die erste meilenstein also die ersten sonderereignisse allgemein ist eigentlich so mal dass das erste mal kostenlos ist und dass das zweite mal halt was kostet ich bin mir jetzt nicht sicher ob das hier auch so ist ich glaube man bezahlt schon gleich einmal 100 juwelen das gute ist natürlich dass man nach zwei siegen eigentlich die auch schon wieder locker drinnen hat und nach vier siegen bekommt man halt 80.000 gold denn nach sechs siegen hier eine chest nach neun siegen 25.250 nein 25.000 ich wollte gerade schon sagen und nach zwölf sieben bekommt man halt einen legendary und ich würde ganz stark behaupten dass dort die banditen sicherlich drinnen gemeint ist solche ähnliche herausforderungen hatten wir schon mal ja ich bin sehr gespannt ich darf das auf gar keinen fall verplanen nicht so wie beim letzten mal beim elektromagia da wo ich ein problem hatte da wo ich das ja naja ziemlich lange gedauert hat bevor ich den überhaupt kriege und ja meine lieben dann war es das auch erst mal wieder mit dem video von clash real ich hoffe es hat euch gefallen ihr könnt mir mal gerne in den kommentaren schreiben was ihr so von dieser wunderbaren neuen karte haltet das wird ja nicht nur die kommen sondern ja auch mehrere dazu ihr habt ja sicherlich schon ein paar andere sneak peeks oder allgemeine infos halt gesehen und ja dann wünsche ich noch einen schönen tag und sage tschüss bei und bis zum nächsten mal